Schlaf. Unser kostbarstes Gut und unsere natürlichste Energiequelle. Schon seit 1895 sorgt Happy für einen gesunden und erholsamen Schlaf. Wir kennen und verstehen die aktuellen Schlafbedürfnisse. Happy schlafen? Nichts einfacher als das. Fallen lassen und träumen. Gut ausgeschlafen fällt alles leichter. Daran glauben wir bei Happy und darum glauben wir an das neue Airflow-System. Etwa ein Drittel seines Lebens verbringt der Mensch im Schlaf. Diese Ruhephase ist die Grundlage für körperliches, geistiges und seelisches Wohlbefinden. Um die Schlafqualität zu optimieren, hat Happy ein neues, innovatives Schlafsystem entwickelt. Auch der Liegekomfort muss stimmen. Das Airflow-System passt sich der Körperform ideal an und unterstützt so die natürliche S-Form der Wirbelsäule. Der Körper kann sich so perfekt entspannen. Ich will, ich hätte ein Happy-Bett. Das Airflow-System passt sich der Körperform. Das Airflow-System passt sich der Körperform. Ich möchte, ich hätte ein Happy-Bett. Das Airflow-System passt sich der Körperform. Der Körperformasen ist okay. Es versucht, sich die Stabilizierin zu durchstellen, wie die Stabilizierin zu zweit. Untertitelung des ZDF, 2020